Äh, Jäger hatte, die war dann hier, ne? Ja. Ja, sag, ich komme mit allem gut. Petra? Eivor, wie geht es dir? Ich hatte gedacht, wir verbringen etwas Zeit miteinander. Das würde mir gefallen. Ich wollte gerade meine Bogenkünste verfeinern. Schließ dich mir gern an. Etwas Übung täte mir gut. Geh nur vor. Okay. Vergiss nicht, nur ein Pfeil pro Ziel. Bereit? Los! Siehst du das, Petra? Siehst du das, Petra? Ha! Volltreffer! Versuch das zu überbieten. Ah! Nicht übel! Ähm, da? Ah! Oh. Ja, so langsam hat es knapp mit zielen, ne? Oder? Ja, nimm das! Äh. Ja, ich sehe jetzt noch... Sehen wir zielen, ne? Ja, ich sehe keine Ziele mehr. Das ist gerade mein Problem. Oder noch? Einer fehlt mir noch. Ein einziger. Ich hier? Wo ich dich noch nicht hatte. Lol. Ich glaube, der Sieg geht an mich. Schönes Spiel. Okay. Das war lustig. Nächstes Mal mit Brandpfeilen? Oder mit verbundenen Augen? Ich bleibe lieber bei gewöhnlichen Pfeilen. Da kann weniger schief gehen. Alles klar. Du meinst. Ich freue mich darauf. Primo. Was ist denn hier für ein Brief? Hä? Wie Ihrem schönsten Rausch einen weißen Hirsch durch den Wald jagt. Mein Gott, ich konnte kaum atmen vor Lachen. Beeindruckend. Das habe ich noch nie gesehen. Ah. So. Belohnung. Ausgeholt der Stein. Wow. Hassfresser und Hügelbestie. Haben wir auch noch. Okay. Sieh dir unbedingt die neuen Sachen an. Äh. Achso. Wegen der Antirahmen haben wir doch schon geguckt. Hops. Hast du alles? Was kannst du mir heute anbieten? Junge. Ich habe noch nichts gesehen. Ja. Das Menü füllt. Danke. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. So. Dafür bezahle ich. Dann kriegen wir noch eine. Okay. Weih. Ich weiß nicht wo ich das. Weih. Wir kriegen Bärenfälle. Komm mal an. Hier. Das hätte ich gerne. Das. Tierknochen. 13 Stück. Das können wir gut gebrauchen. Rasenpfote brauchen wir ein paar. Das könnte ich gut gebrauchen. Bärenfälle brauche ich da noch ein paar. Schön. Das hilft auch der Siedlung. Danke schön. Du tust mir einen großen Gefallen. Schwarzbärenfälle haben wir auch noch nicht gesehen. Brombärenfälle auch nicht. Bärenfälle bräuchten ganz viele. Eieieiei. Okay. Sonst nicht. Sonst ist mal nix. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Was mit dir? Siehst du besorgt aus. Was? Oh. 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 Ich würde nur zu gern sehen wohin unsere Reise geht. Vielleicht könnten wir zusammen sein. Ich fühle dasselbe wie du Petra. Ich hatte Angst du würdest das nicht. Nun ja. Du bist ständig fort. Erlebst jeden Tag neue Abenteuer und. Doch ich kehre immer nach Hause zurück. Worauf wartest du noch? Küss mich. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Alles klar. So glaube ich die schnellste. Ne. Ich war die schnellste. Romanze war. Die mit dem Kamm. Wir haben die Sachen. Diese. Details auslassen. Ne. Ne. Keine Zeit. Ok. Was geht bei dir? So. Ähm. Da können wir Sachen abgeben. Da können wir unser Schiff spawnen. Das sollten wir vielleicht mal machen. Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag tun? Ähm. Meine Sachen verbessern. Komm mal was. Ne. Zeigst du mir deine Waren? So. Das gefällt dir wohl ganz gut. Was ist das leisten? Und sagst du besser? Hast du drei. Ich gehöre es schon verbessert. Ok. Dann sagst du. Ich fühle mich wie ein stolzer Vater. Wie stark du jetzt bist. Cool. Das haben wir leider nicht genug. Den Bonkorn verbessern. Das kann ich dir besorgen. Klar. So. Den Axt. Zwei Hände. Da noch die Äxte. Oh. Ein Klima haben wir auch noch. Stimmt ja, ne? Zeug. Ich. Bäre. Ich Schild trage. Ach so. Ja klar. Das ist eine Schild trage. Ah. Das ist ziemlich gut. Ach so. Die Ausrüstung hier. Die kann ich verbessern. Bei Ex-Mentor. Bringt die uns ja nö. Wunder. Auch doof. Nur Deko im Grunde dann. Nur Deko im Grunde dann. Die da auch nicht verbessern. Den wir ausgestattet haben. Stimmt, den hatten wir ja gekauft. Ja. Da war's. Da war's. Da ist gerade sonst nichts. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Treffen. Und Sachs ist besser geworden. Schon mal was. So. So. Und kann ich die rausnehmen. Äh. Sicher Schaden. Tier. Angriff. Angriff. Anrufen ums Müll. Wasser kostet mich das verbessern. Vor allem nicht Wasser. Drei Titan kostet mich das so zu. Wollen wir Drei Titan füllen? Vielleicht auch nämlich schon mal den kosten. Oh. Wollen wir noch mal ein bisschen verbessern? Ja. Ja. Titan. Titan. Okay. Aber die Axt nutzt sich ja eigentlich recht häufig. Naja. Zack. Jetzt haben wir die auch noch. Die könntest du auch mal verbessern. Uiuiui. Boom. Jetzt sollte unser Schaden aber ordentlich hochgegangen sein. Wann mehr? Was haben wir hier? Achso. Hier haben wir noch die Waffen, die wir gekauft haben. So. Was haben wir denn hier schöner? 280. Auf jeden Fall noch einen Upgrade machen. Er wollte ja jeder Shifting. Maske könnten wir auch noch abgeben, theoretisch. So. So. Fähigkeitspunkten haben wir auch noch ein paar. Auf dem Weg hier zu dem, ne? Auf dem Weg hier zu dem, ne? Unbenommenheit Schuss. Ansonsten... So. Noch hier lang. An aufgeladenen Schuss. Dann sind die alle fertig. 146. Wärtschon. Uiuiuiui. Gut. Den haben wir jetzt gemacht. Warte hier. Wo war denn das Dorf? Den... Ja. Hier will ich auch noch mal Würfel-Spiel machen eigentlich. Ansonsten, ja. Gut. Hier. Gehen wir hier hin. Da haben wir unser Shifting. Wenn wir unser Schiff upgraden können, können wir jetzt unser Regenbogen-Schiff machen. Wow. Geil. Und unsere Siedlung verbessert sich auch noch mal. Jawoll. Oben. So. Ein Gebäude dazu gekriegt, ne? Besser geht es nicht, Eivor. Du bist wirklich großzügig. Meine ich. Sieht aus, als wäre... Als wäre das die eine, die über uns am Schiff unterarbeiten würde. So. Ja, ich habe ein bisschen... Zeit habe ich hier schon gesammelt. Ich weiß. So. Aber wir müssen die volle Breitseite... Einhorn machen. Einhorn poweren, so, ne? Boom. Das krasseste Schiff. Ja, auf jeden Fall. Nun muss ich gehen. Scheiße, ich kann kein Zeug mehr dir kaufen können. Lass dich mal wieder blicken. Ja. Sehr Wikingerhaft, oder? Äh, so. So. 60 für den Kartenmacher. 60 hier für. Was haben wir hier noch? 80 für Caryshaus. 80 für Caryshaus. Weißhaltswerkstatt. Okay, das haben wir hier. Betreideaufbau 60. Immer nachts für Meyers. Mütliches Heim für Matja. Okay. Immer Matja ist. Hier auch nochmal. Wir müssen also erstmal ein bisschen warten. Jetzt wieder. Weil du die... Stufe 4 erreicht. Heißt... Na, wir können krass... ... beginnen. Wir haben die Ziege gekauft, die wir nicht haben. Ziege hier. Oh, sonst rollst leu. Langweilig. Gut. Waschenstampsen. Adrenalinpunkte. Wahrscheinlich. Nehmen wir das römische Pferd. Immer was für dich. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Oh. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Oh. Sehr gut. Doch gibt es noch mehr zu tun? Okay. Ich hab Gift. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ich hab Gift von ihm bekommen. Lol. Oh. Gift. Gift. Gift... Giftschlag. Und Giftpfeiler. Wie. Okay. Dann muss ich vielleicht mal hier... ... vielleicht erst auf das Rand ziehen. Wir wollen giftig werden. Und hier... Gut jetzt. Cool. Nächste Anstunde können wir uns eigentlich sparen. So. Geil. Jetzt sind wir nicht giftig. Haben wir jetzt nicht gerne Informationen über Giftschaden. Schauplätze. So. Genau. Hast du schon was gegradet wahrscheinlich. So. Und hier. Scheine ich mehr Kampf oder was? Angeln. Achso. Wir können jetzt angeln. Angeln. Ne. Das Wasser ist... Cool. Wir können also angeln. Gibt irgendwie... Was müssen wir machen? Irgendwie jede Fischart einmal mit angeln aus dem Wasserzähne. Ich mach auch nur so... Uff. Äh. Hier... Oben. Ob ich schon mit dem... Römer reden können. So. Ich mach auch noch was verzieren. Äh. Was hatte ich noch? Was ist das denn? Seefahrer Beute. Seefahrer Schmuck. Das ist so Seefahrer Dinger. Ah hier. Okay. Den ausgewölten Stein haben wir bekommen. Und den einfach mal da hin. Ansonsten... Wir wollen auch noch eine Verzierung hinbauen. Ein paar Kräuche bauen. So. Wenn wir noch nicht die Errungenschaft bekommen, dass wir alle unsere Versiedlungen verbessert haben. Äh. Verwässert haben. Verschündert haben. Heißt irgendwo ist noch Ausbaubedarf. Verwässert. Mit Juts. Wäre auch schön, wenn wir die Sachen upgraden könnten. Weil... Finde ja doof, dass ich jetzt alles schon von meinen Typen gelernt habe. Und dann das Ding kaufen. Und dann im Entwicklungs habe. Von... Was ich schon habe. So. So Römer Junge. Habe ich noch genug Masken für dich? Äh. Oh. Ja. Nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Lass mich doch mal sehen. Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Ich will mehr von diesen Artefakten. Ich will mehr. Immer mehr. Ich muss gehen. Bleib gesund. Und... Wale! Okay. Das ist heute den römischen Discuswerfer, den er hier stehen hat. Wahrscheinlich. Und dann pflanzen wir den doch direkt mal hier vorne hin. Zack. Direkt von da nach da. So. Was haben wir denn hier? Ach der Geflügelhofer. Noch einen. Sonst hätten wir schon genug oder Sinne. Ist auch noch eine Brücke ey. Weißt du, geht es auch noch mal drüber oder was? Waaah. Eieieie. So, hier haben wir auch noch was. Was können wir denn... Was platzieren wir denn hier? So ein Odin-Stattor habe ich bestimmt schon. Die Fahrer, zack, will ich eigentlich nicht hin platzieren, so. Berserker. Waffenlager. Hat mir denn... Die hätten doch hier irgendwas sogar Berserker, zack, hingestellt gehabt, ne? Ach egal. Dann machen wir einfach was hin. Hier nochmal so ein Odin. Und dann kriegst du so, zack. Schick. Na, ist gut bei dir. Läuft ein Schwein in unserem Dorf rum. Zu den Baum hatten wir auch schon gepasst gehabt, ne? So. Fischerei, Fischerei. Ist ja noch ein paar eigentlich wirklich hier? Ne. So. So. Kein Opa hier irgendwie, ne? So. Jut. Das sieht doch schon mal... ...ordentlich aus, oder? Oh, Junge, Junge, Junge. So. War nicht hier rein geklotzt. So, wenn wir hierhin wollen. So, wir hierhin reisen. Ins feindes Gebiet. Ich versuche jetzt nicht nur zu besiegen. Den einen da. Vielleicht wenn wir den schaffen würden. Dann haben wir, glaube ich, auch soweit alles erledigt, ne? Und natürlich sind die Gegner wieder alle hier. Das sollte so anders sein, ne? Äh, stückfest. Mal. Zack, zack. Zack. Ich würde jetzt einfach mal hier runter, ne? Dass wir... ... sich mit den Typen rumschlagen müssen. Sag ich mal. Hier ist auch noch alles Sperrgebiet? Really? Wow. Nervig. Witz aber, oder? Nervig. Nervig. Ich will... ... Spiele spielen. Zack, zack. Zack, zack. Ja, natürlich. Geht der nicht kaputt? Doch. So. Ich liebe es, wenn mein Hund zu fett ist. Kann man das sagen? Ja, achso. Ich dachte, hier wäre da einer so ein Bandit. Und... ... will sich in Zwischen kichern und so... Hihihi. Okay. Ja, ich würde mich dann irgendwann hier in das Lager hin. Wir greifen dann das... ... Oh, Jan. Würde ich jetzt so vermuten. So. Wie wär's mit einem Würfelspiel? Ja, nehmen wir doch gerne an. So. Zeig dir mal, was du hast. Für Ehrlich ist immer Zeit. Du bist neugierig geworden, was? Los, spielen wir. Lass uns spielen. Hervorragend. Warten wir nicht längst. So. Dann schauen wir doch mal. So. Was haben wir denn hier? Halt gesund bei jedem geblockten Angriff. Das klingt eigentlich ganz gut. Dann machen wir den weg. Das war nämlich raus. Und den rein. So. Kopf. Dann schauen wir doch mal. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Zack. Ich finde doch, dass ich mich jetzt in seiner Würfelfase... ...mich mir nix angucken darf. Okay. Gib die Hand. Probig. Äh. Ein Gesundheit pro Blocken. Erziehen drei Gesundheit pro Blocken. Okay. Okay. Ist schon mit dir. Okay. Wapp, wapp. Er will wohl auf Angriff gehen. Mal schauen wir mal. Okay. Okay. Sind gleich auf. Das ist gut. Hm. Habe ich gegen ihn verloren, frage ich mich gerade. Oder? Er wirkt jetzt nicht sonderlich stark eigentlich. Also so. Mit Taktik. Oder er hat einen guten Stein. Es kann natürlich sein, dass er einen guten Stein hat. Hm. Okay. Ich muss aber mal ein bisschen Schaden verursachen. Geht nicht anders. Jo. So. Ich würde. Nehmen. Gar nix blocken. So. So. So viel mache ich denn. Er klaut mir einen. Ich mache einen. Also behalte ich mal eine drei. Er kann ich glaube ich hier nix machen. Ja. Ich brauche mindestens vier. Also. Gar nix. Er kann eigentlich auch. Na gut. Er könnte schon was bekommen. Stimmt. So. Macht er was? Ne. Okay. So. Ja. Ist natürlich ein super Wurf. Geil. Kann ich gar nix wieder empfangen. Ah. Da war er doch. Mann ey. So. Ein bisschen Schaden machen. So. Ich mache. Drei Punkte. Klapp mal was heißt. Ich habe vier. Kann er so zwei Schaden machen. Oder ich. Glocke gar nix von ihm. Naja. Ich mache ihm zwei Heile. Ich mache ihm zwei Schaden noch zusätzlich. Er hat dann vier Schaden. Na komm. Ich weiß wie das noch so läuft bei uns hier. Zack. Zack. Anscheinend an mich. So. Aber irgendwie setzt er nix von seinen Teilen ein. Ich habe mich gegen ihn verloren. Er nimmt mich plötzlich die Hand. Okay. Er ist eigentlich gar nicht scharf auf die Dinger. Aber er kriegt sie trotzdem auch nix. Gefühlt. Okay. So. Ah. Nicht schlecht. Ah. Ah komm. Ein bisschen Schaden versammelt. Jo. Okay. Okay. Au. Ich bin tot. Cool. Wissen was er vorhatte. Oh nein. Er ist tot. Ha. Ich habe tatsächlich sogar gewonnen. Krass. Du hast gewonnen. Gleich nochmal. Krass ey. Nein. Danke. Wir haben sogar noch gewonnen gegen ihn. Krass. Unverwundbarkeit. Okay. Krass. Wir haben es wirklich geschafft. Oh. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet eigentlich. Gut. Ja. So. Wir haben jetzt hier. Ein paar Sachen noch. Äh. Ja. Hier haben wir noch was. Hier machen wir die Dingshauster. Ja. Hier machen wir die andere Sache. So. Die Frage ist jetzt. Wo ist unser Hauptquest. Mit dem. Äh. Wo wir Stufe 4 erreichen mussten eigentlich. Mit Mitglieder ist uns. Reden mit Maximilie Statue. Reden mit Trawitz. Reiche Stufen. Also das ist einfach nur die Aufgabe. Reiche Stufen. Wow. Also als Hauptquest einfach. Ja. Reiche Stufen. Ja. Das Hauptquest. Eigentlich sind das ja nicht mal das Hauptquest. Anfaller Geheimnisse. Tag wurde ausgeraubt. Die die besuchten. Nein. Sein Sachen haben Scooter. Und sucht in der Seele noch. Eben. Ok. Na gut. Ich würde schon sagen. Das machen wir erstmal dann in der nächsten Folge. Also haut rein. Ciao. 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 Preg me for mercy. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018